Das Equestrive System hilft den Fernen, vor allen Dingen bei Seelenproblemen. Ich kann sagen, dass wir dieses System seit drei Jahren benutzen. Dass es sicher bei uns einige Pferdebeeren gäbe, die weder im Fort noch in der Zucht benutzt werden können. Die Zucht benutzen die Zucht und die Zucht benutzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vor allen Dingen bei Sehnenproblemen und auch speziell bei den Fesselköpfen die Konformation zu behalten, die das Pferd normalerweise hat, die bei Anstrengung möglicherweise auch verletzt werden. Und die XS2 Karmaschen helfen dem Pferd, die natürliche Konformation zu behalten und gesund zu bleiben. Sie helfen jungen Pferden, die möglicherweise nicht ideal von der Konformation sind. Ich kann sagen, dass wir dieses System seit drei Jahren benutzen, sehr erfolgreich damit waren. Und es sicher bei uns einige Pferdebeeren gäbe, die weder im Sport noch in der Zucht benutzt werden können.